Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die ZDF für funk, 2017 Wir gehen auch nochmal hier und sehen Dienstgestellte 1901 Die Uhrform des leichten Aufklärungskreuzers Die Novik trug eine schnelle, feuernde Artillerie Hatte aber nur schwache Panzerung Im Laufe ihrer Dienstzeit war sie der schnellste Kreuzer der Welt Ja, kann ich mir sogar gut vorstellen Mit diesem sehr, sehr Krass geformten Bug Ja, ansonsten Module Natürlich ganz wichtiges Thema Wir sehen 120 Millimeter Hammer 12 Schuss 22,5 Sekunden Drehzeit 1700 Schaden HE 2000 Schaden AP Es gibt hier noch den nächsten Bug Ihr seht hier auch Die Kaufpreise Die Forschungskosten Wie sich die entwickeln werden Aktuell hier für die Preview Wurde es da vergünstigt Das heißt, man kann jetzt hier Die Trefferpunkte steigern Auf 14.500 Und Kriegt nochmal Zwei Haupttürme mehr Und dann nämlich Acht Stück an der Zahl Und Die Reichweite wird um 10% gesteigert Auf 10,1 Kilometer Wenn die Novik voll ausgebaut ist Schaut das Ganze wie folgt aus 14.500 Hitpoints 6 bis 50 Millimeter Panzerung Die Hauptbatterie Mit einer Brandwahrscheinlichkeit von 8% Auch das ist immer Beachtenswert Die Flugabwehr Naja Darüber brauchen wir nicht großartig reden Höchstgeschwindigkeit 25 Knoten Wendekreis 500 Meter Unterstellzeit 4 Sekunden Und Verborgenheit 9,7 Kilometer Oder aus der Luft bei 4 Kilometer Ja Novik Haben wir damit durch Dann geht es weiter Bogatir Ist dann Das Schiff hier Auch nach wie vor So ein sehr spitz zulaufender Bug Ansonsten sieht man Schon eine deutlich andere Konstruktionsart Hier Und wir sehen In dem Fall 1902 in Dienst gestellt Der am besten geschützte Kreuze Der russischen Marine Das Schiff basierte Auf einem Projekt Das für seine rundum Ausgewogenen Eigenschaften Und für den guten Schutz Der vielzelligen Hauptgeschütze Die teilweise In Türmen untergebracht waren Bekannt war Während des ersten Weltkriegs Wurde das Schiff Mit A3 Kleinen Kalibers Aufgerüstet Die schneller und weiter Schossen Es gibt hier zwei Möglichkeiten der Batterie Entweder die 152 Millimeter 6,7 Schuss Die Minute Bei 36 Grad Dauer Für die Drehung Oder dann die Verbesserung Das sind dann Hier die Die Feuerrate 6 Schuss Die Minute Der Schaden geht zurück Muss man halt dann schauen Man kann meines Erachtens Hier beide spielen Mit dem verbesserten Bug Wird die Überlebensfähigkeit Die Maniprierfähigkeit Verbessert Die Artillerie Geht ein wenig zurück Wir kaufen die Und bauen die ein Und wir sehen Mit der Feuerleitanlage Gibt es nochmal 1,1 Kilometer On top So dass wir 11,4 Kilometer Weit Schießen können Trefferpunkte 23.000 Am Ende des Tages 6 bis 70 Millimeter Die Hauptbatterie 12 mal 1 Mit einer Brandwahrscheinlichkeit Von 9% Höchstgeschwindigkeit 24 Knoten Wendekreis 450 Ruderstellzeit 6,7 Aus der Oberflächensichtbarkeitsreichweite Ist 10,3 Kilometer Geworden Und die Lufterkennbarkeitsreichweite Sind 5,7 Wir verlassen Lothier Gehen ins Mittier Und zwar Zur Svetlana Und da Entkennen wir schon Eine Grundsätzlich Andere Bauform 1928 In Dienst Gestellt Also da trennen die Natürlich auch Deutlich Einige Jahre Der erste Leichte Kreuzer Mit Turbinenantrieb Der für die Kaiserliche Russische Marine Kiel Gelegt wurde Die Svetlana Übertraf ihr Vorgänger Ein Punkt Geschwindigkeit Um vieles Ihr Panzerschutz Und die Bewaffnung Waren für die Damalige Verhältnisse Angemessen Das Schiff War für Seinen Langstrecken Artillerie Bekannt Die eine Gute Ballistische Flugbahn Besaß So schaut Das Schiff Aus Hier in dem Fall Schon mit Tarnung Ich habe die Schiffe Ja auch Alle schon Einmal Gestreamt Und da Auch schon Einmal Alle in Aktion Gezeigt Das könnt ihr Auch auf Twitch Nach wie vor Euch noch Ansehen Von Tier 4 Bis Tier 10 Habe ich da Alles gezockt Die Svetlana Hat Dann Torpedos Die Torpedos 5 Kilometer Langlaufend Bei 52 Knoten 1,5 Mal Die Minute Und ein Höchstschaden Von 7233 Hier 130 Millimeter Geschütze Man kann Die Trefferpunkte Auf 2500 Steigern Und Die Hauptbatterie Die Dauer Ist dann Deutlich Reduziert Nämlich um 10,3 Sekunden Auf 25 7 He Schaden Bleibt Gleich Mit 1900 Dafür Der AP Höchstschaden Mit 2500 Um 100 Erhöht Und Die Feuerleitanlage Auch Nochmal 10% Besser Auf In Summe 11,3 Trefferpunkte 24 1600 Panzerung 10 bis 75 15 Kanonen Haben wir Hier am Start Also Die Ist Wirklich Ordentlich Bewaffnet Und Wir Sehen Auch Brand Wahrscheinlichkeit Sind 9% Torpedos 4x3 Also Auf Jeder Seite Bis Zu 6 Torpedos Dann Abwurf Bereit 29 Knoten Höchstgeschwindigkeit Wendekreisradius 590 Meter Bei 7,2 Sekunden Ruderstellzeit Und Oberflächen Sichtbarkeitsreichweite 9,9 Sowie Aus Der Luft 6 Kilometer So Weiter Geht's Mit Der Kirov Verbrauchsmaterialien Bleibt Übrigens Hier Die Hydroakustische Suche Weil Das Thema Radar Ist Ja Bei Den Russen Kreuzer Allgegenwärtig Hier Haben Wir Auch Verbrauchsmaterialien Aufklärungsflugzeug Hydroakustische Suche Und Natürlich Schadenbegrenzungsteam Die Bewaffnung Ist Immer 180 Millimeter 4 Schuss A 22,5 Sekunden Für Die Kehre HE Schaden 2500 AP 4100 Es Gibt Einen B Rumpf Der Verbessert Die Panzerung Sowie Auch Die Treffer Punkte Allerdings Noch Eine Feuerleitanlage Auch Die Verbessert Um 10 Prozent Von Um 1,5 Kilometer Auf 16,3 Dann In Summe Die Torpedos Hier Sind Dann Nur Noch 4 Kilometer Laufend Dafür Aber 64 Knoten Stell Und 0,9 Mal In der Minute Abschuss Bereit Bei einem Höchststand Von 14.400 Dann Sehen wir Hier Treffer Punkte 26.200 Panzerung 13 bis 70 Die Haupt Batterie 3x3 2 Vorne Einen Hinten Brand Wahrscheinlichkeit 13% Metall Dann Haben Wir Praktisch Torpedowerfer 2x3 Also Auf Jeder Seite 3 Torpedos Die Abfeuern Könnt Definitiv Unterstützung Torpedos 4 Kilometer Die Flack Wird Jetzt Hier Langsam Wichtiger In Stufe 5 Deswegen Schauen Wir Schauen Wir 2 Kilometer Bei 51 Schaden 5 Kilometer Bei 42 Höchstgeschwindigkeit 35,5 Knoten Das ist Ganz Ordentlich Wendekreisradius 860 Meter Ruderstellzeit 7,8 Und Ihr Seht Aus 14,2 Kilometer Oberflächen Sichtbarkeitsreichweite Schon Recht Weit Und Aus Der Luft Bei 7,5 So Dann Tier 6 Bad Johnny Das 30,800 Haben wir gesehen Die Panzerung 13-140 Millimeter Hauptbar 3x3 Stück Mit einer Brandwahrscheinlichkeit Auch das sei Nachgereicht Von 12% Die Flugabwehr Sehen wir Hier Nochmal Im Detail 35 Knoten Schnell 710 Meter Wendekreisradius Bei einer Ruderstellzeit Von 8,6 Sekunden Oberflächensichtbarkeitsreichweite sind 13,1 km Und aus der Luft Bei 8,2 So Tier 6 Bad Johnny Und jetzt kommen wir zum Shores Ich habe keine Ahnung Seid es mir nicht böse Wenn ich es nicht richtig ausspreche Das Schiff wurde als leichter Geschwader Eskortenkreuzer Projekt 28 Entwickelt Es besaß hohe Geschwindigkeit Und schlagkräftige Atelier War aber ausländischen Gegenstücken Seiner Art Im Panzerschutz Unterlegen Und auch hierbei Handelt es sich Um einen Entwurf Wir haben immer Standesgemäß 152 mm Geschütze 7,5 Schuss In der Minute 25 Sekunden Dauer für die 180 Grad Kehre 2200 HE Höchstschaden 3300 AP Der verbesserte Rumpf Gibt Einiges an Plus Natürlich auch Hitpoints ganz weit vorne Hier die Nach wie vor Torpedoreichweite 4 km Allerdings Mittlerweile bei 70 Knoten Und 15100 Schaden Also da Schon eine Steigerung Zum Vorgänger Die Feuerleitanlage Pusht das Ganze auf 16,8 km Wir sehen 32 Hitpoints Panzerung 16,75 16 bis 75 Hauptbatterie 4 mal 3 Kanonen Mit den jeweils 102 mm Aufteilung 2 vorne Und 2 hinten Dann haben wir Natürlich auch noch 12% Feuerwahrscheinlichkeit Wir haben 2 Torpedos auf jeder Seite Beziehungsweise 4 Torpedos auf jeder Seite Und somit 2 Stück Einmal da drüben Und einmal hier Die Flugabwehr Nicht so stark Wie man hier sieht Höchstgeschwindigkeit 35,5 Knoten Wendekreisradius 900 Meter Die Ruderstellzeit 8,8 Sekunden Und bei 13,3 Gehen wir aus Oder Aber auch Bei 8,1 Aus der Luft Chapaev Übrigens auch hier Nach wie vor Flakfeuer Aufklärungsflugzeug Dann Die Chapaev Tier 8 Wir nähern uns dem Height hier 152 Millimeter 7,5 Schuss 25 Sekunden Für die Kehre 2,2 K Schaden 3,3 K Für AP Dann gibt es auch hier Den Rumpf Der das Ganze Auf 37.000 Hitpoints Verbessert Die Torpedos Sind hier wieder Etwas langsamer Aber dafür Mit knapp 18.000 Schaden Dafür ordentlichen Wumms Aber ihr seht Die 4 Kilometer Die bleiben uns erhalten Dann haben wir hier Die Feuerleitanlage Die uns auf 17,3 Kilometer Pusht Und ganz besonders Und ganz wichtig Hier erstmalig Das Radar Das Radar Würde ich euch Persönlich immer Das zweite Empfehlen Ganz einfach Die Aktivzeit Ist bei 20 Sekunden Gleich Allerdings Die Ladezeit Sind statt 360 Sekunden Also statt 6 Minuten Sind es dann nur 4 Und ihr kriegt Eine dritte Ladung On top Das ist wirklich Meines Erachtens Es definitiv wert Dann kann man noch Das defensive Flackfeuer Oder die hydroakustische Suche Sich dazu nehmen Trefferpunkte 37.000 Panzerung 15 bis 100 Millimeter 4 mal 3 Geschütze Wovon 2 vorne sind 2 vorne 2 hinten So ist es richtig Dann haben wir Eine Brandwahrscheinlichkeit Von 12% Wir haben auch wieder hier Ein Torpedowürf Auf jeder Seite Und somit 2 Stück Mit jeweils 3 Torpedos Und die Flackbewaffnung Hier nochmal Im Detail Höchstgeschwindigkeit 33,5 Knoten Wendekreis 890 Ruderstellzeit 9,7 Man ist bei 13,2 Kilometern Sichtbar Oder aus der Luft Bei 8 Kilometer Ja Jetzt kommt schon Das zweithöchste Schiff Und zwar Die Dimitri Donskoy Hier behandelt es um Den 9er Kreuzer Da gibt es 180 Millimeter Kanonen 4,8 Schuss In der Minute 22,5 Sekunden Für die Kehre 2500 HE 4400 AP Granaten Höchstschaden Es gibt 3 Rümpfe Der verbessert Deine Trefferpunkte Mehr Flacks Und der C-Rumpf Ist dann Die Speerspitze Die Torpedos Hier ist eine Besonderheit Weil das sind die längsten Im ganzen Tech Tree Nämlich mit 8 Kilometer 55 Knoten 0,5 Schuss In der Minute Und 14.400 Höchstschaden Die Feuerleitanlage Pusht das Ganze Auf 17,8 Kilometer Reichweite Und man sieht hier unten Es gibt hier Defensives Flackfeuer Hydroakustische Suche Man kann das Radar Genauso auch wieder Und auch die Reparaturmannschaft Auch hier empfehle ich wiederum Die Zweier Weil einfach eine Ladung mehr Und die Nachleidezeit Verbessert Trefferpunkte 43.400 Panzerung 19 bis 100 Millimeter Die Hauptbatterie 4 Kanonen Oder 4 Türme A3 Kanonen Mit einer Brandwahrscheinlichkeit Von 13% Auf jeder Seite Sind in Summe 5 Torpedos Abfeuerbereit Hier einmal Und das gleiche Pendant Dann da drüben Die Torpedoreichweite Hat man ja mit 8 Kilometer Schon betitelt Das Flack Sehen wir hier nochmal Endgeschwindigkeit 36 Knoten Flink 760 Meter Und Torpedobewaffnung Das kann man sich Definitiv Vorstellen Auch hier Sehen wir das Ganze nochmal Ihr könnt es euch nochmal Durchlesen Zur Chapaev Die habe ich aus Versehen Vergessen So Die Moskwa Die Moskwa Die will aber natürlich Betitelt werden Ja des Entwurfs 1953 Ein Schiff Das zum Versenken Leichter Kreuzer Und Bekämpfung Schwerer Kreuzer Gebaut wurde Projekt 66 Anders als die Rivalen Anderer Marien Hatte das Schiff Günstige Abmessungen Und einen stärkeren Panzerschutz Die Hauptbatterie Des Kreuzers Übertraf Ausländische Geschütze In puncto Höchstreichweite Und Zerstörungskraft Schoss aber langsamer Das kann man sich Gut vorstellen Auch nochmal hier Jetzt den Bewegung Um das Schiff Herum Dass wir uns das Auch nochmal ansehen Aber wie gesagt Auf Twitch Gab es einen Stream Gibt es bei den Früheren Übertragungen Könnt ihr euch das Anschauen bei mir 220 Millimeter Geschütze 5,8 Schuss In der Minute 32,7 Grad Für die Karel 3100 HE 5800 AP Schaden 65.400 Hitpoints Panzerung 20 bis 170 Und wir kommen 19,4 Kilometer Weit Auch hier Entweder Flakfeuer Oder die Hydroakustische Suche Man kann sich Das Radar 1 Oder das Radar 2 Wieder gönnen Genau das gleiche Wie mit der Reparaturmannschaft So Die Panzerung Sehen wir hier nochmal Im Detail Etwas genauer Wir haben 3x3 Kanonen 2 vorne Einen Turm Hinten Und die HE Brandwahrscheinlichkeit 17% 17% Ist damit der Höchstwert Innerhalb Der Russischen Tech Trees Die Flugabwehr Gehört zu den Etwas besseren Die Manöbrierfähigkeit 34,5 Knoten Wendekreisradius 760 Meter Und die Ruderstellzeit von 10,9 Also das dauert Wirklich lang Und ganz mau Und das sieht man hier Verborgenheit Aus 18 Kilometern Geht man schon aus Und aus der Luft Sind es immer noch 11,7 Ja Damit haben wir Den Tech Tree Durch Ich hoffe ich habe euch Das allerwichtigste Gezeigt Weil es ist ja immer Sonst ein bisschen Schwierig Alles immer Im Detail Ganz genau zu sehen Ich hoffe euch hat es gefallen Lasst mir doch einen Daumen da Ich würde mich sehr darüber freuen Wünsche euch weiterhin Alles Gute Bei World of Warships Euer Al Karamba